Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich dir eine Lösung für die Hybrid-Nation SPC zeigen, wie du es super easy und super schnell fertig machen kannst. Außerdem kannst du es sehr günstig abschließen, so wie ich es dir zeigen werde. Also lass schon mal gerne ein Like und ein Abo da, es supportet mich und es zeigt mir, dass du die Videos feierst. Die erste SPC, Vierer nennt sich die, so sieht der ganze Spaß aus. Ich zeige dir mal kurz den durchschnittlichen Preis der Spieler und dann gehe ich noch die ganzen Spieler durch. Du kannst das Video gerne stoppen einfach. Dann kommen wir auch direkt zur zweiten SPC, die nennt sich 6-fach. Das sieht dann jeweils so aus, hier nochmal der durchschnittliche Preis jeweils. Die dritte SPC, Elite 8er. Hier erneut der durchschnittliche Preis pro Spieler. Und die letzte SPC, dann haben wir es abgeschlossen rund um die Welt. Und somit haben wir Hybrid-Nation abgeschlossen, einer sehr, sehr günstigen Variante meiner Meinung nach. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich wünsche dir viel Petluck, hoffentlich ziehst du was Gutes.